Hallo Yolanda Neff, wieder ein Sieg im Short-Track, man hat es bei der Zieleinfahrt gesehen, wie du schnaufen hast und wie du erleichtert warst. War das Rechtsteil mit der Sina frei? Ja, nein, nicht mit der Sina, also die Sina ist mega super gefahren, sie hat mega Mut gehabt, dass sie einfach weggefahren ist. Aber ja, es war unglaublich hart bis zum Schluss, also mega cool, dass wir hier zwei Schweizerinnen fahren haben. Das bedeutet mega viel und ja, im Moment haben wir ein starkes Team der Schweizer Frau. Also an der EM haben wir dreimal Goal gehabt, Junioren und 23 und Elite, das ist mega cool, macht mega Spass im Moment. Und ja, heute war es super her, aber super schön. Es regnet da in Strömen, wie fest macht es Spass da an den Start zu gehen? Ja, das sind meine Lieblingsbedingungen, also das ist das perfekte Wetter für mich.